Können wir schon mal wegnehmen. Tomb Raider-Schwierigkeit, denke mal, ist in Ordnung. Die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihm. Keine Chance. Du bist fast da. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. So, und damit herzlich willkommen hier bei Rise of the Tomb Raider. Ja, also was für ein Anblick hier. Jetzt stürmt es hier auch noch. Ich gehe mal ein bisschen vorwärts. Aber der Ausblick, den man hier hat, auch wenn man in die Richtung guckt oder so. Alter, Verwalter, ist das fantastisch. Also grafisch haben sie da echt nochmal eine ganze Schippe zugelegt. Das erste Reboot Tomb Raider ist ja 2013, glaube ich, erschienen. Alter, und sehen die Effekte der Schnee, das Wind, Schnee treiben. Wow. Also sieht wirklich richtig fantastisch aus. Ich glaube nicht, dass das im Stream hier perfekt rüberkommt, weil ich natürlich jetzt hier nicht die Mega-Internetleitung habe, um das hier mit einem Mega-Upload zu übertragen. Wow. Okay. Alter, ey, da würde ich... Also ganz ehrlich, bei so einem schmalen Weg, ne? Oh, Alter, das ist auch wirklich nicht schön. Okay, ich muss irgendwie E drücken, okay. QTE for the win. Ja. Okay. So, jetzt müssen wir hier erstmal entlangklettern mit Lara. So, das Schlimmste haben wir schon mal abgewendet. Boah, war das knapp. Erkletterbare Wände, zerklüftete Wände aus Eis und Fels sind erkletterbar. Sag bloß. E. Und dann können wir uns hier befestigen und dann da hochklettern, okay. Alles, was wir hier wahrscheinlich eine Runde. Aha, okay. Gut. Also auch das Eis, ne? Die Effekte, boah. Sieht so lecker aus. Ich hoffe, man kann das ansatzweise hier... Hoppala. Ich hätte fast vergessen, mich hier festzuhalten. Das wäre nicht so gut gewesen. Ich hoffe, man kann das ansatzweise im Stream auch erkennen, weil das ist echt nice. Okay. Alles klar. Das war knapp. Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Los, komm. Also ein wirklich gefährliches Unterfangen. Das scheint hier irgendwie der Himalaya, glaube ich, zu sein oder so. Zumindest von den Bergen her scheint mir das doch etwas himalayanisch anzumuten. Wie sagt man? Auf jeden Fall. Ah, schön skalt hier und ohne Ende windig. Ah. Die verlorene Stadt. Aber laut dem alten Pferdenleser, gibst du ihn in diesen Bergen. Der alte Pferdenleser, okay. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch zwar den gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvor gekommen. Trinity. Die Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit oder wie? Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Alter, wie das aussieht hier, ne? Holy Crap. Richtig, richtig nice. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Dann recht stabil zu sein. Aber bleib nah an der Wand. Okay. So, da schalte ich mich mal wieder rein. Ich versuche also immer in den Cutscenes möglichst die Cam rauszuhalten. So, jetzt haben wir uns... Jetzt haben wir uns per Seil verbunden. Das wäre natürlich jetzt extrem gefährlich. Okay. Ab nach oben. Wenn er schlau ist, gibt er uns hier ein bisschen Seil aus. Okay, und er hüpft auch hinterher. Wow. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Oh oh. Okay. Und knapp vorbei. So. Jetzt müssen wir uns da hochhangeln. Oh Gott. Rechts rum. Oh je, oh je, oh je. So, schön wieder ins Eis einhaken mit unseren Eispickeln. Oh. Oh. Scheiße. Ich bin dein Angang. Schaffst du's rüber? Ich schaffe das. Ja, hoffen wir mal. Ach du Scheiße. Ich glaube nicht, dass ich so weit schaffe. Bleib da. Ich mache mich ein Seil oben fest. Okay. Ich gebe dir jetzt was rein. Okay. Okay. Oh, das sieht alles schon so fragil aus, das Eis. Das ist richtig bröselig. Oh. Oh oh. Und Hashtag Sturm. Okay. Alter, geniale Klettereinlage hier. Krass. Oh oh. Oh oh. Autsch. Aua. Geht nicht, wa? Hm. Schlecht. Ah, jetzt müssen wir uns hier schwingen. An der Stelle bin ich froh, dass ich das gestern schon mal gemacht habe. Weil ich ungefähr weiß, was ich hier tue. Nein, das war nicht gut. Weil jetzt brauchen wir hier den maximalen Schwung. Und selbst dann. Ah. So. Und drin. Jawohl. Gott sei Dank, ey. Ja, ich bin dabei. Schneller geht es nicht. EP 50. Na gut. Und Hashtag Lawine. Okay. Oh oh. Schnell rauf, schnell rauf. Dann sind wir jetzt, glaube ich, ein bisschen unter Zeitstress. Huch, ein abgestürztes Flugzeugwrack. Okay. Kann ich jetzt leider keine Rücksicht drauf nehmen. Denn ich muss hier schnellstens weg. Die Lawine kündigt sich an. Okay. Oh, hallo. Okay. Eieiei. Knappu fixo. Oh. Da war ich zu spät. Schade. Das ist natürlich dumm. Okay. Und erster Tod confirmed. Geil, oh man. So. Schnellstens hier weg, ey. Oh. Natürlich. Ja, klar. Brösel mir alles unter dem Boden weg. Oh, das war knapp. Holy shit. Mhm. Und festhaken. Ja. Gut. Und festhaken. Eher so für die Katz. Das sieht nicht gut aus. Zwei Wochen zuvor. London, England. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Ach, aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Äh, im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich. Beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Jetzt wenn ich meine Familie schütze und Popferat! Nichts replen 중요한 pulled! Ich kann meine Familie schützen. Ich kann ja trink normallyabel nehmen. Ja, ich mache sie Dear LIKE, Celebration. Und doch mal. Ik kann mich? Ich muss das, was premier. Und meine Familie fehlt euch. Liebe liebe icactste. Ich kann mich. Ich kann mich, meine Familie nicht verstehen. Ich kann mich, meine Liebe. Ich habe.... Oh Gott, das tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... ...verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben im Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das... ...ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Lena. Ja, denn. Auf zum Grab des Propheten. Ach, hi. Amüsiertablette. Hallo. Wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist rechts. Fahren Sie einfach mal tauchten? Ist Ihr Geld? Hallöchen. Hubschrauber. Hier steht was nicht. Ja, könnte man meinen. Die örtliche Miliz, ja, natürlich. Die fliegt auch in einem... ...in einem Hubschrauber rum. Oh. Jetzt hat er natürlich viel von seinem Geld, ne? Oh, hauaha. Ja, gut. Von dem Geld hat er wirklich lange was gehabt. Sehr geil. Super. Arrived, ja. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt angekommen. Ja, das Grab des Propheten suchen wir jetzt. Und, äh... Bevor wir überhaupt angekommen sind, sind sie aber schon gefühlt halb tot. Oha. Muss ich was machen? Nein, muss ich nicht. Okay. Überspringen wollte ich es natürlich nicht. Oh, das tat weh. Und rücken kaputt. Hm. Nordwestgrenze Syriens. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein. Ach ja, wo ich, äh... Wo ich das gerade sehe, dass du hier im Chat bist amüsiert, Tablette. Äh, herzlichen Glückwunsch zu der... ...dreifachen Sechs. Hatte ich gerade auf Twitter eben gelesen noch. Ähm... Sehr geil. Oh, da unten geht's ab. Da ist ja Krieg. Aber das wundert mich natürlich nur bedingt. Immerhin sind wir hier in Syrien. Oh, wir haben schon ganz schön was mitbekommen. Vom Sturz. Wir bluten anscheinend auch. Oha. Das sieht nicht gut aus. So. Was ist das? Moment. Da oben. Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebetet wurde. Ach, jetzt kann ich auch weitergehen. In einer Oase. Aber da oben sieht's ja aus wie so ein Eingang, ne? Also grafisch muss ich ja echt nochmal sagen, ne? Mit der Fernsicht und dem ganzen Gebirgezeugs hier, ey. Holy shit. Ich weiß gar nicht, ähm... Definitiv. Sieht man ja sonst selten mal, ja. Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn die Abonnenten zu schnell reinhageln, dann sieht man's auch nicht sehr lange, ne? Von daher... Muss man da ganz schön schnell sein, das abzugreifen, eventuell. Weiß ja nicht, wie viele Abos ihr so am Tag ungefähr habt, aber das geht schon ganz zügig, glaube ich, momentan, ne? Aber ist ja sehr schön. Freut mich auf jeden Fall für euch. Echt super. So, STRG für Gehen. Hier ist nochmal so eine Plattform. Und da unten wird immer noch geballert. Oh, ach ja, und hier ist, äh... Als hätte ich's gewusst... Als hätte ich's gewusst, ist hier was zum Plündern. Aber natürlich, also, diesen Abschnitt hab ich tatsächlich gestern Abend schon gespielt. Also den... Okay. Regiös Symbol. Er sieht ja aus wie so ein christliches Kreuz mit irgendwelchen... Das sieht aus wie ein Heiliger hier. Das ist irgendwie so ein Engel. Das da unten... Und das sind irgendwelche anderen Figuren, die ich nicht entziffern kann. Obwohl, man kann ja zoomen, ne? Das könnte irgendein so ein Geistlicher sein. Und das da... Keine Ahnung. Für Frau Maria, ich weiß es nicht. Okay. Aber kann man, glaube ich, nicht weiter untersuchen. Ja. Man kann im Spiel wieder einiges finden. Relikte und Co. Ich hab aber den Eindruck, dass das in diesem Spiel... Also, in Rise of the Tomb Raider jetzt wirklich mehr Bedeutung hat, diese Klamotten zu finden. Dass die auch mit der Story verwoben sind. Und dass man die auch wirklich braucht. So, die Kletter-Vorsprunge haben was von Assassin's Creed. Ja, das stimmt. Ähm, so ein paar kleine Anlehnungen gibt es auf jeden Fall. Ich hab jetzt ja noch nicht viel von dem Spiel gesehen, aber... Ähm... Kann das das wirklich sein? Die Klettereinlagen ähneln bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall Assassin's Creed. Das ist richtig. So, ich hab hier manchmal so kleinere Mikroruckler noch drin. Ich hoffe, die sind nicht in der Aufnahme nachher zu sehen oder in der Übertragung hier. Ähm... Ansonsten läuft es aber eigentlich flüssig bei mir. Hm. So, ein glücklicher Zufallstreffer mit den 666. Ja, derzeit pro Tag zwischen 10 und 20 neue Abonnenten. Wir können uns das denn selbst einfach gar nicht erklären, okay? Schon krass. Aber dieses Foto... Aber dieses Foto... Dieses Foto... Prophet... Hier ist es... Der hatte recht. Also doch das Grab. Finde ich auch cool hier. Diese Leuchtstäbe... Mit dieser Leuchtsubstanz... Die sind echt cool gemacht. So, hier kann man... Hm... Es ist eine Art Markierung. Genau, hier kann man... Es ist eine falsche Schrift, aber ich kann es nicht genau erkennen. Genau, dazu müssten wir jetzt halt Griechisch können. Das ist auch übrigens ein ganz schöner, ähm... Okay, Mikroruckler sieht man zwischendurch schon, aber sonst ist es flüssig. Okay. Hm... Bin mir nicht ganz sicher, woran das liegen könnte. Ich hab ein bisschen am Streamset abgebastelt heute über den Tag. Äh, oder heute Nachmittag vielmehr. Hm... Könnte mir vorstellen, woran es liegt. Vielleicht mache ich das später nachher mal in der Pause wieder rückgängig. Eventuell ist es dann wieder ganz flüssig. Mal gucken. Aber wir machen jetzt ja erstmal weiter. Ähm... Echt schön anzusehen. Ja, das auf jeden Fall. So, diese Wandgemälde hier... Da kann man jetzt sein Griechisch aufpolieren, denn da oben sind ja auch Inschriften drin. Okay. Hier ist er... So was wie Wunderheilung. Herznotizen erwähnen das auch. Okay. Der Prophet ist auf jeden Fall der mit dem Heiligenschein. Das ist ja klar. Wenn man so ein bisschen christliche Symbolik kennt, da werden ja auch die Heiligen immer mit einem Heiligenschein dargestellt. Ich weiß gar nicht, ob das im Islam auch so ist. Hm. Dann, äh, könnte das natürlich sein. Ich glaube, das reicht noch nicht, ne? Hm, es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift. Aber ich kann es nicht genau erkennen. Hier liegen auf jeden Fall jede Menge Waffen rum. Und sonstiger Krams. Drücken sie zum Übersetzen E. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee. Vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Okay, die Russ. Oder Russ. Okay, das war, boah, lass mich das mal historisch einordnen. Das war, glaube ich, ja, das, könnte sagen, das Vorgängervolk Russlands sozusagen. Bevor es wirklich einen Staat Russland gab, ähm, boah, die von der Herkunft her, glaube ich, aus unterschiedlichen Bevölkerungsteilen stammten. Also die hatten, boah, wenn ich das jetzt so richtig auf die Kette kriege, historisch, ähm, hatten, glaube ich, auch Wikinger eine Rolle gespielt bei denen. Also die sich da niedergelassen haben. Ich meine sogar ursprünglich kommt der Name Russ auch von, von einer Wikingerabordnung her oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und, ähm, denke mal, da werden auch Steppenvölker irgendwie eine Rolle gespielt haben damals schon und ähnliches mehr. Also nicht nur, äh, die Wikinger an der Stelle. Aber die sind, glaube ich, schon irgendwie namensgebend gewesen damals. So, dann drücken sie zum Übersetzen E. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel. Zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Trinity, okay. Der Orden von Trinity scheint also schon urlange aktiv zu sein. Sprachkenntnis erhöht. Kann jetzt Griechisch der Stufe 1 übersetzen. Hm, mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Ah ja, okay. Münzverstecke entdeckt. So, jetzt können wir nämlich, wenn wir uns solche Stählen angucken, Münzverstecke anzeigen lassen. Entweder über die Karte. Wegweiser. Da wird es jetzt hier blinkend angezeigt. Die Doppel-X sind immer Münzverstecke. Und diese komischen Kreuzsymbole hier, das sind die Wandgemälde, genau. Mehr können wir hier, glaube ich, auch nicht finden. Und hier vorne können wir jetzt die Münzen ausgraben. Okay. Alte Münzen können gegen Upgrades und Ausrüstung getauscht werden. Ja, genau. Gerade Griechisch gelernt schon ist es eingerostet, ja. Gut, ist natürlich erst Griechisch Stufe 1, ne. Das ist wahrscheinlich äquivalent zu eingerostet im Griechisch. Ja, echt schön. Aber ich finde das ganz gut gemacht, dass man hier so ein bisschen so, so eine Art Archäologie-Storyline mit drin hat. Also, dass man hier so ein bisschen erkunden muss, ein bisschen ergraben muss, Tafeln lesen muss. Finde ich eigentlich ganz cool. Erinnert mich auch sehr stark hier dieses Level an Indiana Jones. Was ich ja letztens übrigens gehört habe in einem anderen Stream, den ich gesehen habe auf Nvidia.de, dass ursprünglich Lara Croft eigentlich ein männlicher Charakter hätte werden sollen, aber befürchtet wurde, dass es zu viele Ähnlichkeiten zur Indiana Jones-Serie gibt und die deswegen wegen Copyright und Co. KG gesagt haben, wir machen lieber einen weiblichen Charakter daraus. Und so ist dann Lara entstanden. Ganz interessanter Fact an der Stelle. Drücken Sie zum Interagieren E. Ja, es ruckelt immer noch hier und da. Man sieht es hier in der Zwischensequenz. Ich mache mich mal gleich an die Einstellung, glaube ich, noch. Ein geheimer Eingang. Okay. Ah ja, genau. Die können wir jetzt öffnen. Und mehrfach E drücken. Dann wird der Eingang hier allmählich aufgerissen. Jawohl. Hier gehen wir mal durch. 150. Boah. Geil, oh Matt. Unglaublich. Wenn der das nur hätte sehen können. Krass. Ja, also hier ist natürlich... Darf ich mich bewegen? Achso, die Kamera war gerade nicht steuerbar. Hier ist, glaube ich, echt der Vergleich zu Indiana Jones schon fast zu greifen nah. Hier so ein in die Wand reingebautes Grabmal. Erinnert natürlich an den dritten Teil. Von daher ist das, denke ich mal, sehr evident an der Stelle, woran sich hier angelehnt wird. Auf der anderen Seite gibt es ja tatsächlich im... Ich hätte bald gesagt im asiatischen, nee, im nahöstlichen Raum tatsächlich immer wieder Beispiele für solche Wandgebäude oder Wandarchitektur. Also die gibt es nicht nur in, keine Ahnung, in den altbiblischen Regionen, wobei Syrien ja auch schon eine biblische Region ist. Also da gibt es immer wieder diese Art von Architektur manchmal. Von daher... Ah, da können wir uns das Einsatz hier anzeigen lassen. Da drüben müssen wir hin. So, ich kümmere mich mal gerade ganz kurz um die Einstellungsgeschichte und hoffe, dass dann die Qualität nicht leidet, es aber flüssiger wird. Moment mal grad. Muss ich mal gerade raustappen. Und mal kurz den OBS-Stream hier öffnen. Ich hoffe, man kann das jetzt währenddessen überhaupt einstellen. Ähm, ich hatte nämlich die Bitrate mal versucht zu erhöhen, bis ich festgestellt habe, dass das mit dem Upload sowieso nichts bringt. Ähm, ah lala, very fast. Ach nee, daran könnte es auch gelegen haben. Warte mal. Mal, jetzt testen wir mal ein bisschen aus. Dann lasse ich die Bitrate doch so, wie ich sie gerade hatte, auch wenn ich wahrscheinlich eh nichts davon nutzen kann. Ich hatte die Prozessorauslastung nämlich einen runtergestellt und das führt, glaube ich, zurück lang. Eventuell. So. Gut, dann können wir wieder ins Spiel. Ich hoffe, jetzt ist es flüssig. Na, beim Bewegen, naja, flüssig, vielleicht sind es nicht ganze 30 FPS, mal gucken. Aber es sollte gehen. Ist hier unten eigentlich was drin? Kann man hier irgendwie langen? Ne, oh, eine Rolle. Auch nicht schlecht. Ähm, den Vergleich mit Indiana Jones wollte ich auch ziehen. Ja, wie gesagt, der ist echt, ähm, der tritt echt in den Vordergrund in dieser Stelle, an dieser Stelle. Aber wir werden später auch noch sehen, es geht auch in ganz andere, ähm, Gefilde rein, die dann, äh, ganz andere Gebiete umfassen. Und wie gesagt, ich hab ja vom Spiel auch wirklich bisher nur einen geringsten Teil gesehen. Von daher gibt es da noch jede Menge zu entdecken, da freue ich mich schon tierisch drauf. So, hier klettern wir ein bisschen. So. Oh, und der Hubschrauber ist wieder hier. Sie sind schon hier. Ich muss da. Sie sind schon hier. Oh, das sieht ja alles sehr stabil und sicher aus. Boah, Junge. Huh, das war knapp. Ich glaub, da kommt's echt aufs Timing an, wie man sich hier... ...rechtzeitig oder nicht. Ich hab immer noch ein paar kleine Mikrohugler drin. Damn it. Oh, und jetzt stürzt sich in den Tod. Ja gut, und Tod Nummer 2? Auch nicht schlecht. Das war jetzt.